Hi und herzlich willkommen zu meinem Redbox Guide zu Magmorax im mythischen Modus. Ja, was kommt im mythischen Modus dazu? Im Mythic ist es so, dass von den betroffenen Debuff-Spielern einer ausgewählt wird, welcher nach Ablauf mit einer tödlichen Explosion nach oben geht. Und ja, glücklicherweise ist die Explosion aber Splitschaden, so dass der Schaden auf mehrere Nahspieler aufgeteilt werden kann. Je mehr Spieler dabei helfen, desto kleiner ist so dann auch danach die Magma-Pfütze. Deswegen also nach Möglichkeit immer alle Spieler da drinnen stehen sollten. Das heißt nach Möglichkeit, am Anfang macht man das dann zunächst noch ein bisschen anders, wie ich jetzt im Folgenden gleich erklären werde. Zunächst also wird der Boss einmal hier an den Rand gezogen. Dann kommen hier diese ersten Soak-Zonen, die man entsprechend dann spielen muss. Natürlich immer nur einen Spieler rein. Und wenn ihr den Debuff habt, nicht nochmal ein zweites Mal soaken. So, und dann sieht man hier, wie ich eingangs schon mal sagte, zweimal diese normalen Zonen, die man schon aus Heroisch und Normal kennt. Und einmal hier dieser Group Soak. Das ist dann, ja, animationstechnisch dieser kleinere Kreis. Und man macht das jetzt so, dass man in den ersten drei Runden alle Pools komplett wegsoakt. Das heißt also, hier hat man einmal ein, ja, Range-Milli-Camp. Hier stehen dann die Tanks mit, ja, ausgewählten ein, zwei Heilern. Und hier sind dann nochmal andere Millis mit anderen Heilern, die dann, ja, möglich, die dann entsprechend an der Stelle den Pool wegsoaken. Da muss man also im Vorfeld eine Einteilung machen. Wobei, wie gesagt, die meisten Spieler hier drinnen stehen sollten, um natürlich auch den Explosionsschaden von dieser kleinen Zone, die hochgeht, entsprechend, ja, gering zu halten. Wie ich schon mal sagte, das macht man dann insgesamt dreimal. Man sieht es hier, die entsprechenden Camps soaken die Zone schön vollständig weg. Wenn der Breath kommt, einfach ausweichen. Im Optimalfall beten die Millis so, dass das Ding nicht in die Ranges und Heiler geht. Dann ist noch wichtig, dass für den Knockback immer hier so ein kurzes Gate steht. Da können dann also sich entsprechende Spieler, die jetzt nicht so wie ich als Warlock jedes Mal einen Teleporter ready haben. Ja, mit dem richtigen Timing und dem richtigen Gaten können die halt verhindern, dass die halt genockbacked werden. Der Knockback ist natürlich sehr, sehr krass und sehr, sehr weit. Und da das hier ein DPS-Check ist, reiner Single-Target-Encounter, möchte man natürlich so viel Uptime auf dem Boss haben wie nur möglich. Das war dann gerade die Runde Nummer 2. Auch hier wieder alle Pools von den eingeteilten Leuten entsprechend weggesockt. Die Week-Aura sagt mir jetzt Don't Soak, weil ich eben in der Runde davor gesockt habe. Hier ist jetzt dann der dritte Pool. Es kommt wieder die entsprechende Aufteilung. Die Pools werden nochmal vollständig entfernt. Ja, und dann beginnen wir auch damit, dem Boss das erste Mal zu moven. Der Boss sollte dann wie bei uns ungefähr auch auf 65% HP sein. Denn jetzt machen wir es so, ab Pool-Runde Nummer 4 wird nur noch der Group-Pool genommen und die anderen beiden Pools werden einfach an den Rand abgelegt und wachsen dort dann halt ins Unermessliche heran. Warum macht man das natürlich? Natürlich wegen dem stackbaren Debuff, der ab einem gewissen Punkt natürlich dann auch tödlich ist. Und um halt diese Stacks möglichst gering zu halten, kann man halt spätestens nach der dritten Runde nicht mehr alle Pools soaken. Denn man möchte dann, wie gesagt, um den Dot-Count auf dem Raid so moderat es geht zu halten, sodass es am Ende nur noch halber ist, entsprechend nur noch eine Zone nehmen, um halt dadurch die entstehenden Stacks von dem Debuff auf die Leute aufzuteilen. Das ist der ganze Grund dahinter. Und deswegen auch hier ganz diszipliniert. Der Explosions-Pool wird weiterhin gesorgt. Die anderen Spieler laufen an den Rand. Und der Boss wird dann immer weiter im Kreis gezogen, sodass er auf gar keinen Fall in Kontakt mit einer von den abgelegten Pools kommt. Denn ihr wisst ja auch, wenn der Boss in diesen Pools drinne steht, dann macht er deutlich, deutlich, deutlich mehr Schaden. Und das ist im mythischen Modus quasi tödlich, denn der Schaden ist sowieso schon extrem hoch. Deswegen man natürlich dann gerade auch es vermeiden sollte, diesen unnötigen Schaden mitzunehmen. Und das ist dann der ganze Kampfablauf. Wie gesagt, ein reiner Patchwork-Fight, der sich hier durch diverse DPS- und HPS-Anforderungen auszeichnet. Und so wie es bei Raschok zum Beispiel schon der Fall war, ich habe heute ein Interview gelesen, wo Blizzard gesagt hat, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn man Magmorax und Raschok getauscht hätte. Ist auch meine Meinung und meine Erfahrung, denn Magmorax ist im Endeffekt ein bisschen leichter mechanically-wise als es Raschok ist. Von daher hätte man diese Bosse in der Tat besser tauschen sollen. Aber naja, sei es drum. Magmorax ist dann auch, wie gesagt, wenn man die Bosse davor besiegt hat, dürfte der Boss nicht mehr so das Problem sein. Weil wenn man den Damage davor hatte, wird man ihn auch beim Magmorax haben. Gegebenenfalls muss man natürlich dann immer auch noch Kleinigkeiten, je nach eurer Raid-Komposition optimieren. Aber nochmal, es ist ein reiner Single-Target-DPS-Check. Und dann gibt es da auch nicht mehr so zu sagen, als dass man einfach nur die gerade beschriebene Taktik in Ruhe runterspielen muss. Ja, das Ganze macht man dann so lange bis Pool Nummer 9, hat man gerade gesehen. Ab Pool Nummer 9 gehen die Leute, auch der Explosionspool, der geht sich dann an dem Punkt hier opfern. Das war in dem Fall der Druide, das wollte man dann in Reds ready haben, um ihn gleich wiederzuholen. Denn, ja, der ganze Raid hat jetzt schon so viele Stacks, dass man nicht mehr soaken kann, nicht mehr soaken möchte. Und deswegen Pool 9 und 10, die kommen, die werden dann entsprechend in die bereits bestehenden Feuerpfützen abgelegt. Und ja, wie gesagt, dann die Spieler entsprechend geopfert, wenn sie keine Immunity haben. Ganz am Ende, man sieht es hier, nochmal einmal ein kritischer Punkt, da muss man auch dann, wer soaken kann, nochmal in diese wachsenden Feuerflächen reinlaufen. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, einer von den Spielern, die sich in Runde Nummer 10 mit opfern. Aber, ja, ihr seht es hier, der Boss ist bei 1% und geht dann auch entsprechend auch down. Ja, und das ist im Endeffekt das ganze Geheimnis, was es zu Magmorax zu wissen gilt. Also nochmal zusammengefasst, die ersten drei Pools sorgt man vollständig weg, dann beginnt man den Boss im Kreis zu ziehen und ab Pool Runde 9 und 10 opfert man dann die Spieler bzw. trägt die wachsenden Zonen so weit raus, dass die letzte Lücke, die dort noch verbleibt, nicht zuläuft und entsprechend man dort dann den Boss dann auch finishen kann. Ja, ich habe alles gesagt, was es zu dem Bosskampf zu sagen gilt, von daher bin wir da auf an dieser Stelle, wenn euch der Grund dann gefällt, lasst auch ein Follow da und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao und bye.